Es war brutal geil. Also Leute, ich muss euch sagen, geiler geht es einfach nicht. Also wirklich nicht. In dieses Stadion reinzukommen, 50.000 Mann da stehen zu haben, die meinen Namen rufen. Im ersten Moment war ich kurz verwirrt beim Halbfinale, weil ich gedacht habe, ist hier noch eine Gina auf der Bahn. War keine, war an mich gerichtet. Brutal geil. Ich habe gemerkt, ich muss irgendwo relativ weit vorne gelegen haben, wusste aber nicht genau wo und habe dann einfach nur auf die Anzeigetafel geguckt und habe gehofft. Und als dann neben dieser zwei die Deutschlandfahne kam, geil, einfach nur geil.